Na alle zusammen, hier ist wieder euer Tela und heute bin ich wieder für euch im Pandamix unterwegs und wollte euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Wir wollen in dieser Episode uns mal anschauen, was der Wort ist. Da wurde ich nämlich in den letzten Tagen das ein oder andere Mal schon im Stream gefragt, beziehungsweise auch über Battle.net angeschrieben. Und ja, da scheinen anscheinend ein paar Unklarheiten noch offen zu sein. Und ja, wo finden wir dieses Wort-Ding? Öfter habt ihr es vielleicht schon gesehen, wenn ihr unter Schlagzüge in Mist of Pandaria reinschaut. und dann habt ihr hier verschiedene Gruppen für Raids drin und da ist dann doch die ein oder andere Gruppe drin, die im Titel Wort stehen hat. Hier haben wir eine, hier hat noch eine Gruppe und ja, da habt ihr euch bestimmt gefragt, okay, was ist denn das eigentlich? Wie komme ich in diese Gruppen rein? Ihr braucht dafür ein kleines Steinchen, das sehr, sehr mächtig sein kann und ich werde euch gleich auch ein bisschen demonstrieren, warum das so ist. Dieses Steinchen ist einmal hier auf Deutsch Schutz der Rettung und das ist ein Metastein, der geht nur in den Kopfslot. Und ja, was macht das Ding? Stellt bei einem Verbündeten Gesundheit wieder her und gewährt ihm 10 Sekunden lang Schutz der Rettung, um Schaden in Höhe der überschüssigen Heilung zu absorbieren. Solange Schutz der Rettung anhält, gewährt sämtliche erhaltene Heilung Absorvationen statt Heilung. Wenn der Schutz abläuft, explodiert er und fügt allen Gegnern innerhalb von 40 Meter Heiligen Schaden in Höhe der verbleibenden Absorvationen zu, die gleichmäßig aufgeteilt werden. So, heißt, wir haben hier den Spell und wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer Gruppe seid, läuft das so ab. Ihr pulltet einen Boss, ihr müsst erst den Boss anhauen, das ist ganz wichtig, also ihr müsst erst in den Kampf kommen, dann haut ihr diesen Schutz der Rettung auf einen Spieler drauf, am besten koordiniert ihr euch mit der Gruppe und dieser Spieler muss dann so viel Heilung kriegen wie möglich. Jegliche Heilung, die er bekommt, wird dann in das Schild aufgenommen, sein Schild wird immer größer und am Ende nach 10 Sekunden explodiert das und verursacht allen Gegnern halt diesen Schaden so hoch wie das Schild ist. Am besten macht man das gegen den Boss, dann kriegt der Boss den kompletten Damage ab und platzt einfach nur. Im Optimalfall, wenn man das in einer Gruppe macht, setzt man das ein gegen am besten auf einen Tank. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt als Guardian-Tank kriege, dann ziehe ich meine ganzen Heilungskulons, also ich ziehe die Inka, dass ich mehr Leben habe, haue dann die ganze Zeit die Rasenregnation durch, die halte ich ja prozentual von meinem Leben. Ich haue auch die Erneuerung drauf, haue mir auch Zorn des Schläfers rein, dass ich mehr Lifestyle habe. Das verursacht ja alles quasi Eigenheilung. Also ich haue dann quasi alle Heileffekte auf mich drauf und die Heiler, die pumpen dann auch möglichst viel Heilung in den Spieler, der quasi den Wort abkriegt. Das ist meistens der Off-Tank, man sollte nicht aktiv tanken, weil wenn man Schaden kriegt, geht er das Schild runter. Und wenn er halt möglichst viel Heilung kriegt, explodiert es nach 10 Sekunden und ratzt halt die Bosse weg. Mehr ist es eigentlich nicht. Eine simple Sache und das kann nicht nur ein Spieler auf einen anderen draufkasten, sondern der komplette Raid. Und wenn das 10 Leute machen, die Heilung, die auf den Spieler gezählt wird, zählt für jeden Wort einzeln. Heißt, wenn jetzt da 10 Millionen Heilungen in das Schild reingepumpt worden ist, dann ist das nicht nur für ein Wort, sondern für alle 10 Spieler, die ein Wort in dem Raid haben. Und dann scheppert es richtig, richtig ordentlich. Und ja, ich habe das schon mal aufgenommen gehabt. Ich habe es jetzt hier neu gemacht, das Video, weil ich glaube, dass in der ersten Erklärung ist das nicht so ganz klar geworden. Jetzt zeige ich euch den Pull, den ich ursprünglich aufgenommen habe. Und da habe ich es auch noch mal ein bisschen erklärt. Also, jetzt zeigen wir euch das mal hier. Auf den anderen Tank, das ist jetzt er hier. Also, sag, hau uns auf den anderen Tank drauf. Und jetzt spielen wir die nächsten paar Sekunden ganz normal, ja. Also ihr seht, wir haben hier ein bisschen Damage. Und Bossleben geht ein bisschen runter. Jetzt ist der erste Wort geprockt. Zweite, dritte, zack, Boss tot. Seht ihr das? Es ist ziemlich witzlos, aber ja. Seht, mein Wort hat jetzt hier 26 Millionen Schaden gemacht. Einfach den Boss zerstört. Und das könnt ihr halt bei jedem Boss machen. Und jetzt könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen, warum Leute Wortgruppen machen. Weil du halt einfach die Bosse, zumindest wenn es ein alleiniger Boss ist, du one-shotest die halt einfach weg. Und das, klar, Gier hilft hier, aber selbst wenn ihr niedriges Gier habt und das richtig spielt, mit dem Wort rüber. Okay, also das war jetzt schon mal soweit die Erklärung von, wie es dem Boss funktioniert. Ihr habt gesehen, ich hatte jetzt hier nicht den Wort an sich drauf. Ich habe es dem DH gegeben. Das hatten wir in der Gruppe so ausgemacht gehabt. Aber ja, im Endeffekt ist egal. Ich habe halt den Boss getankt. Der DH hat quasi den Wort abgekriegt. Ich kann euch auch noch einen anderen Clip zeigen, wo ich selber getankt habe. Sogar in einer 30-Mann-Gruppe. Ähm, wenn ihr selber quasi nicht das Ziel seid, dann, ich hätte jetzt in, ähm, obwohl, ne, ich musste den Off tanken, ne. Also ich hätte den anderen Tank auch nicht heilen können. Aber wenn ihr jetzt CD seid, könnt ihr theoretisch auch noch ein bisschen Off heilen. Aber die Heiler müssen halt drauf heilen. Ihr habt gesehen, nachdem der Wort geplatzt ist und die anderen haben ja auch diesen Wortschaden gemacht, ähm, ist der Boss einfach tot. Ich kann euch dasselbe auch noch mal zeigen, ähm, in dem 30-Mann-Raid, wo ich selber den, ähm, den Wort bekommen habe. Warte, ich habe mir jetzt mal hier den Sound gemutet. Und zwar ist das jetzt, also das, was wir eben gesehen haben, war Normal, ähm, in Thron des Donners. Und das hier ist jetzt, ähm, normal im, ähm, SOO, also in Okrema, in dem Raid. Und, ähm, ja, das sind jetzt 30 Mann, wie ihr seht. Und da ist auch selbes Ding. Ich pull den Boss. Jetzt klicke ich hier den Wort auf mich selber, ne. Also ich habe den Wort auf mich selber geklickt. Und ihr seht, ich habe x Wortdinger drauf. Das geht schon gar nicht mehr in die Buff-Leiste. Und da seht ihr, jetzt explodieren die Worts. Einer nach dem anderen. Und zack, der Boss ist tot. Und da seht ihr auch, diesmal habe ich am Anfang am meisten Schaden gemacht. Jetzt stoppen wir mal hier schnell. Mein Wort ist geprockt mit 140 Millionen Damage. Ja, also ich weiß gar nicht, wie viele Millionen der Boss hat. Aber allein mein Wort hat 140 Millionen Damage gemacht. Und bei den anderen wird es ähnlich gewesen sein, ne. Also das hat 98% von meinem Schaden gemacht. Und 7, die 7,7% ist töten. Das sind die letzten 10%. Also eigentlich haben alle meinen kompletten Schaden die Steinchen gemacht. Und ich war hier erst im Damage mit. Also, äh, warum ist jetzt der Wort hier so viel größer? Naja, es sind, ähm, quasi 30 Leute im Raid. Und es können quasi mehr, also es sind mehr Heiler dementsprechend. Im anderen waren nur zwei Heiler. Und hier sind es halt fünf Heiler, glaube ich. Und umso mehr draufgeheilt wird auf den Wort, umso höher schallert halt das Schild rein. Und wie gesagt, nicht nur bei mir prockt das Schild. Bei den anderen hier, die hoch im Damage sind, ist das Schild auch geprockt. Ähm, oft ist es halt so, wenn die Bosse im Verhältnis zu dem Wort, der zu viel Leben haben, die Leute, die ihren Wort zu spät gedrückt haben, der plockt dann, nachdem der Boss halt schon tot ist, ne. Also wir hätten wahrscheinlich den Boss dreimal töten können mit dem Damage. Umso größer der Raid ist, umso, ähm, effektiver ist quasi der Wort im Endeffekt auch. Genau. Das soweit zu dem Ganzen. Ähm, heißt, ihr braucht halt einfach nur das Steinchen. Und dann, wie ich es erklärt habe, Boss anhitten, Wort auf den, ähm, Spieler, den ihr in der Gruppe ausgemacht habt. Maximal draufheilen, das Ding explodiert, Boss ist tot. Und das kannst du eigentlich bei fast allen Bossen machen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Bosse, die jetzt so mehrere Phasen haben, die immer wieder zwischendrin immun sind. Äh, da macht es tatsächlich Sinn, dass man vielleicht, zum Beispiel bei Garrosh, ne, der hat ja verschiedene Phasen, dann ist er dann auf ein Prozent, dann hält sich so hoch, dass man so ein bisschen aufteilt, dass man sagt, okay, in der Phase eins ziehen fünf Leute den Wort, also in der zweiten Phase oder in der dritten Phase ziehen die anderen fünf Leute. Das Ding hat drei Minuten Cooldown. Bei längeren Fights mit so verschiedenen Phasen kann man es ein bisschen splitten oder vielleicht manchmal auch zweimal ziehen. Aber im Normalfall, 90 Prozent der Bosse sind damit halt einfach One-Shot, zumindest normal. Im HC, äh, macht es bestimmt einen beträchtlichen Schadenswert, aber da wird es wahrscheinlich die Bosse nicht One-Shotten. Genau, jetzt wisst ihr Bescheid. Sollten dennoch Fragen offen geblieben sein, schreibt es gerne einmal in die Kommentare. Ich versuche es dann noch zu erklären. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Taylor, bis dahin, ciao! Ciao! Vielen Dank.